Heute im Kurzinterview bei gemeinsam in Bonn Militärvikan Carsten Wächter. Schön, dass Sie da sind. Guten Morgen, Herr Engels. Guten Morgen. Die wichtigste Frage vorweg, wie geht es Ihnen? Also ich kann nur sagen, mit Blick auf die Meldungen, man hört ja nichts anderes im Moment im Radio und im Fernsehen. Was die Leute alles durchmachen müssen, muss ich wirklich sagen, mit viel Dankbarkeit jeden Tag den Tag starten. Es geht mir körperlich gut. Ich habe meinen Job noch. Also es geht mir sehr gut. Danke. Wie wirkt sich die Corona-Krise auf Ihre Arbeit als Militärvorscher aus? Ja, ich denke, wie überall auch. Man versucht, die üblichen Maßnahmen durchzuführen. Das heißt, hier ist nur ein kleiner Teil auf der Hardtür aktuell im Dienst. Viele sind im Homeoffice im Ministerium. Die Mitarbeiter können auch von zu Hause arbeiten. Manche müssen mit ihrer privaten Software-Hardware arbeiten und kommen dann versetzt in den Dienst. Das macht die Arbeit für uns natürlich auch schwieriger. Also hier vor Ort, wir feiern zum Beispiel jede Woche Gottesdienst. Eigentlich. Den müssen wir nur wöchentlich absagen. Und wir haben aber ein kleines Format entwickelt, dass wir die Soldaten alle informiert haben, dass wir stellvertretend quasi hier das Morgengebet feiern. Wir setzen uns in die Kapelle, setzen, machen eine Kerze an, halten ein Fürbittgebet, lesen ein Psalm. Und das ist für uns als Team hier eine ganz schöne Sache. Und ich kriege auch verschiedene Rückmeldungen, dass die Soldaten das auch freut. Und man kann auch ein kleines Tütchen abholen mit dem Ablauf dieser kleinen Andacht und die quasi als Schreibtisch-Andacht auch für sich im Büro feiern. Da habe ich so eine kleine Anleitung entwickelt. Und wir haben 30 Tüten vorbereitet. Die sind jetzt auch alle weg. Ansonsten mussten wir alle Unterrichte, wir machen den Ethik-Unterricht, alle Ethik-Unterrichte absagen und natürlich auch unsere Rüstzeiten. Und das ist sehr schmerzhaft, besonders die Rüstzeiten für die einsatzgeschädigten Soldaten und ihre Familien. Das muss jetzt alles ausfallen. Und da hoffen wir auch sehr, dass wir bald wieder unsere Angebote durchführen können. Sie sprechen gerade von den Soldatinnen und Soldaten, gerade die, wenn sie Auslandseinsätze erlebt haben, haben ja oft erlebt, gerade in den Camps, was es heißt, in mehr oder weniger in Isolation zu leben, dicht aufeinander gehockt. Das geht ja vielen Familien jetzt ganz ähnlich. Was haben Sie den Soldatinnen und Soldaten an Ratschlägen geben können? Oder welche Routinen haben Sie entwickelt, gerade in solchen Fällen, in denen Sie dabei waren? Ja, also man muss da schon ein bisschen unterscheiden. Also wir haben jetzt aktuell in Bonn im Hotel 200 Soldaten, die wirklich in Isolation sind. Die sitzen im Hotel in ihrem Zimmer, dürfen das Zimmer auch nicht verlassen. Und das ist natürlich was ganz anderes, als im Feldlager zu sein, wo man doch miteinander kommuniziert, zusammen isst, auf den Fluren zusammensteht und arbeitet und in der Betreuungseinrichtung sitzt. Also da gibt es schon viele Möglichkeiten, zusammen zu sein. Ich glaube, so die Isolation, die ist wirklich sehr schwer. Was hilft, ist einfach Routine. Also ein geregelter Tagesablauf, dass man das, was man sonst tut, auch weiter beibehält, also irgendwie dem Tag eine Struktur gibt. Und was ich so eingangs sagte, sich immer vergegenwärtigen. Man kann natürlich immer auf das gucken, was alles nicht geht, was einem gerade fehlt. Und man kann darüber klagen, sicherlich auch zu Recht. Aber so mit Blick in die Welt, es ist auch immer wieder gut zu sehen, was wir alles noch haben und noch können. Also die, die nicht betroffen sind, die vielleicht auch nur leichte Symptome haben oder noch gar nicht betroffen sind von der Krankheit. Ich bin gesund, ich atme, mein Puls funktioniert. So, ich habe zu essen und zu trinken. Ich habe ein sehr schönes Gedicht per WhatsApp geschickt bekommen, wo ein Mensch das nochmal aufzählt, was er alles hat, was alles geht bei uns. Also ich denke, da sind andere Länder ganz anders aufgestellt. Südafrika zum Beispiel oder Iran, wenn ich daran denke. Oder ja, auch die Situation in Italien, Spanien, das ist schon heftig. Ja, so, das ist mein Tipp. Einfach so ein bisschen Dankbarkeit und ja, wirklich eine Routine und sich was vornehmen für den Tag und nicht die ganze Zeit am PC rumdaddeln. Was ist Ihnen besonders wichtig geworden in diesen letzten Tagen? Ist es die Dankbarkeit? Ja, also für mich ist es wirklich die Dankbarkeit und ich komme so geistlich auch nochmal auf die Roots zurück. Das spürt sich jetzt auch nochmal anders aus. Also was wir so, denke ich mal, in unserem Glauben haben, das Gebet, eine Kerze anzünden, auch sich nochmal die, manche Worte der Bibel klingen auch nochmal ganz anders. Also ich habe zum Beispiel den Psalm 91 mir nochmal vorgenommen, wo wirklich auch von der Seuche die Rede ist und dass es mich nicht treffen soll und dass Gott Engel schickt. Das sind so Worte, die nochmal neu, nochmal ganz neu sich anhören und mir auch ein Stück Halt und Gewissheit geben, hey, ich bin nicht alleine. Da ist noch einer, der sein Auge auf mich wirft. Vielen Dank, Carsten Wächter, Militärdekan hier auf der Harthöhe in Bonn. Vielen Dank für das Gespräch. Sehr gerne. Tschüss, Herr Engels. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.